Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft mit mir, dem Jonny und meinem Gast LP. Gast LP? Hallo, ich bin hier der Mega Pro. Ah, 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 ah. Du spielst doch gar nicht. Du spielst nicht mal, also... Ich spiele wohl. Spielst du nicht? Schau. Ähm. Oh. Hey. Du spielst nicht. Ich bin ein Spieler. Aber wir spielen oft Poker. Oft? Wir haben mein einziges Mal gespielt. Das war heute. Richtig. Und das war echt lustig, weil ich hab gewonnen. Ah, aus Glück. Nein. Doch. Können. Weil das Lustige war, am Anfang der Runde wusste ich noch nicht mal die Regeln. Und dann hab ich gewonnen. Das muss man sich auch mal geben. Nö, ich geb's mir aber nicht. Komm, gib dir. Nö, das ist mir viel zu langweilig. Jetzt sagen wir immer gar nichts. Ja, wir sagen jetzt einfach mal gar nichts. Jetzt baust du wieder Silber ab. Es ist Eisner! Mann! Das ist ein Running Get, der kann Geld nicht. Auch so gut. Es ist halt einfach unlustig. 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 Das ist Eisner. 48 haben wir bis jetzt. So, wir bleiben jetzt doch noch, denke ich, ein paar Folgen. So, wir bleiben jetzt noch mal, wenn es kommt. Ich bin die All-Obsandals in meinem Weise. Ja, ja. Ich bin die All-Obsandals in meinem Weise. Ich bin die All-Obsandals in meinem Weise. Ich bin die All-Obsandals in meinem Weise, weil du bist okay. Halt mal. Das ist Gold. Alter, da oben ist es irgendwo. Ah, ich bacge. Ich bacge. Der bacgert gerade eben. Ein Kuchen. War der schlecht. kann dieser beschiss ja ich mach's doch was machst du da das ist eine aber es hat geruckelt jetzt hat geruckelt erst muss ich so sieht es immer aus wenn wir in urlaub fahren jetzt müssen wir unsere sieben sachen packen dann muss der juni noch mal kacken und dann müssen wir das fleisch raken die fahrt versteht sich jetzt da angst im dunkeln r alter hat der eisen vor Prozent die ich brauche es mal mehr Licht hier Oh, ich habe einen Bogen gekriegt. Ein Wurm. Ein Bogen. Ein Bogen. Hör mir mal zu. Nein. Hör mir zu, wenn ich dich ignoriere. Okay. Na gut. Los, das rettende Ufer dort vorne. Oh. Hört super sehr an. Ich habe dort was gesehen. Ein Glühwürmchen. Wie oft denn noch? Das sind keine Glühwürmchen. So, währenddessen können wir ja mal über... Über Züge sprechen. Nein. So, also Züge mag ich. Ähm, es gibt verschiedene Züge. Äh, die manchen sind schnell, andere sind langsam. Manche Züge sehen schön aus, manche nicht. Manche sind kastengörig, manche haben eine aerodynamische Form. Und manche Züge halten ihr Maul. Und manche Züge halten an. Und nehmen dann einen Zug. Ähm. Ah. 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 Über was reden wir jetzt? Keine Ahnung. Gute Idee. Über Flugzeuge. Also Flugzeuge fliegen oft. Ah. Die fliegen sehr hoch. Flugzeuge fliegen in die Luft. Ha. 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 Noch was schlechteres konntest du jetzt nicht bringen, oder? Okay. Reden wir unten über Autos. Autos fahren schnell. Die besten Autos auf der Welt sind Ferraris. Denn... Und die schlechtesten Red Bull. Denn Red Bull ist scheiße. Vor allem Vettel. Fällt dir nichts besseres ein, als zu lästern? Also Alonso und Kimi Raikönen sind natürlich die besten Fahrer der Welt. Nein. Die sind schlecht. Ferrari, Formel 1 Team. Und Vettel und die ganzen anderen Gruppen von denen sind mies. Mies, 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 mies. Wieso gewinnen sie dann? Aber ich bin halt ein Fan von Ferrari und... Ach, mehr hat man nicht gemerkt. Und auf jeden Fall hasse ich Red Bull. Hat man nicht gemerkt. Nee. Also, was magst du denn an Fußballteams? Ähm... Bayern. Das ist gut. FC Bayern. Wusstest du, dass die EGW Salzburg... Red Bull Salzburg... Oh Gott. Ich hasse Red Bull, wenn ich das jetzt mal erwähnen darf. Haben sie verloren. 0 zu 3 gegen so ein... Oh, das ist ein kleiner Mini-Zambi. Oh, echt jetzt. Mini-Verein. Ich seh nix. Krasse Red Bull. Nein! Jetzt hast du mich voll erschreckt, Mann. Alter. Puls kurz auf 180, ey. Warum schreist du so los, Junge? Ah, da unten war ein Skelett. Wie geil. Und das ist verreckt. Du jetzt auch gleich. Wie geil. Warte mal, hier war ich auch schon. Schade. Wusstest du, dass es übelst langweilig ist, wenn wir es hier nicht labern würden? Ja, wahrscheinlich. Das nennt sich aber auch Gameplay und nicht Let's Play. Ah, wie geil. Das nennt sich auch Privatsphäre. Was du da grad von mir freiwillig erzählst. Das ist doch nicht schlimm, wenn man sagt, dass du einen halben Meter Bratwurst gegessen hast. Ach, bei unseren wenigen Zuschauern. Stimmt, das hören jetzt eh höchstens 30 Leute. Allerhöchstens. Ja, wahrscheinlich. Und die kennen wir alle. Ja, sicher. Ja, natürlich. Das sieht den Scheiß an, den ich nicht kenne. Aber es ist echt so. Es gibt inzwischen die meisten Leute. Alter, wo ist das Schwein? Ist das vom... So, dann geht's weiter. Äh, Kurzunterbrechung. Wo ist dieser Spasti-Zombieleinchen? Okay. Keine Kraftausdruck. Okay. Mongo. Ah, ich sterbe hier. Mal im Ernst, Philipp, das hört man. In der Scheißaufnahme. Weißt du, dass du nur Scheiße machst, die das Scheiß-Litzplay immer beschissener machen? Wusstest du, dass du nur Scheiße bist? Wo gehst du denn hier wieder raus? Ich mal dich jetzt an. Ich weiß nicht, wo es hier rausgeht. Wo, 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 wo? Ich bin es. Hä, 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 hä? Ich weiß nicht, wo es hier rausgeht. Ich weiß nicht, wo es hier rausgeht. ich brauche als professionelle hilfe okay guten tag wir sind hier mit ihrem gps sender was brauchen sie für hilfe ich brauchte wie graus werfen sie halt ein ende da kommst du nicht raus jetzt scheiße und die aufnahme wird auch gleich beendet nachdem wir ganz viel brot gegessen haben ist da auch kese also dann das war es doch schon wieder und natürlich immer bei uns einschalten ich habe das letzte wort und ich sage auch noch mal ich sage auch noch mal tschüss